Willkommen zurück zu einem neuen Part von Metroid Zero Mission. So, im letzten Part haben wir grad diesen Missile Container geholt. Und, ähm, ja, wir dürfen jetzt den ganzen Scheißweg nochmal zurücklaufen. Ah. Lava macht mir gar nichts aus. Niemals. Nur, na. Großteil meines Lebens. So. Das müssen wir leider erst wieder ganz da unten, glaub ich. Oder? Ja. Oh man. So, erst da runter. So, dann da. Nee. Schmarrn. So, dann gehen wir erst da rein. Laden unsere Leben wieder auf. So. Okay, jetzt können wir wieder hoch. So. 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 ja ruhe ok m immer weiter nach links zwar Wo müssen wir jetzt genau Oben Okay Immer schön nach oben Links genau Okay, so weit so gut Cool, cool Muss ich auch noch nicht Okay Brauche ich jetzt nicht unbedingt So Oh Und gleich sollten wir da sein Mach auf Yay Okay Hm Okay, das ist völlig neu Aber es sollte auch nicht so groß sein glaube ich Oder Moment, bevor wir eigentlich Wo ich da irgendwie Kleiner rechts gehe Okay Hätte es sein können Hm Hm Naja Ähm Ah Okay Das will ich auch Lass mich los Gret ist scheiß Teil los Ah 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 Okay Ich brauche unbedingt Powerbombs Supermissile Okay Okay Es wird ja immer schöner und lustiger Ich brauche Missiles Okay Na Bisschen was wenigstens Okay Das geht so auch gut Haben wir schon Das wäre Das höchste gewesen So verreckt doch endlich Okay Macht es mir alle nicht unbedingt leicht und muss ich echt sagen Okay Wenigstens ist das alles hier schon übersichtlich Hm Okay 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 hier kommen noch weitere Okay Ähm Hier war es wahrscheinlich ein Speyerpunkt oder sowas Oder Na Na Perfekt Speichern wir mal Achja Achja So Jetzt wieder durch Perfekt Und schon sind wir durch Ah Oh weh Ah Das wollte ich jetzt überhaupt nicht Ach du Scheiße Okay 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 Dann da weiter Speyerpunkt Okay Da wäre wieder einer gewesen Okay Das sind Die große Anzuhörenregeten eigentlich gar nicht so schlecht Okay Ja Ja Über Du Ok Okay. 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 Verpisst euch ja. Aua. Nicht, das tut weh. Aua. Zerstör endlich das Scheißteil. Geht doch. Aua. Okay. Okay, da unten ist das Auge. Au. Aua. Okay, das ist scheiße. Kann man die nicht irgendwie da oben zerstören? Und irgend sowas? Das wäre echt Knorke. Vielleicht ist es auch einfach so eine... ...Recovery-Zone. ...Nicht sowas. Keine Ahnung. ...Nicht sowas. Keine Ahnung. Okay. 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 Ach du Scheiße, Mann. Na. Okay, es sind eigentlich nur die Teile hier, oder? Ja. Aua. Scheiße. Scheiße. Okay. Nicht gut. Okay. Ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Ähm, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Bis dann. Ciao. ino. Nee.